Ich kann verstehen, warum es ihr da draußen so gut gefallen hat. Obwohl es jetzt Frühling ist, stelle ich mir vor, wie diese Gegend mit einem Schleier aus Schnee bedeckt ist. Ich kann mir vorstellen, wie die schlammverschmierten Stiefel in der Eingangshalle ausgezogen werden und ich sehe, wie die Klippen der Küsten vor zerstörerischen Winden schützen. Das ist das Versprechen, das er ihnen gegeben hat. Josh hätte nie einen Rückzieher gemacht. Er wollte ein Vater sein. Ja, das glaube ich tatsächlich auch an dem Punkt jetzt. Kommen wir hier rüber? Nein. Nein. Da bin ich tatsächlich bei ihr. Nee, da kommen wir nicht rüber. Hier kommen wir auch nicht hin. Okay. Ähm. Oh. 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 Eine Vision. What if I don't like what I see? Eine Vision. What if I don't like what I see? The Rogues are no place for a child. You have to think of her. I only think of her. And this is where she belongs. The Rogues are her home. Why? Because of that boy? That boy is my husband. Enough. I'm your mother and I say we are going back to the mainland. Beatrice is my grandchild and she will have a proper education. You will do as I say. Now why would I do that? Beatrice is Pixie! Beatrice? Oh my god, that's it! That's why you're still here! Because of my daughter. Josh, look! That's her. Come on, we need to find her. I think she went down to the beach. Oh, und deswegen... ...kennst du sie nicht? Oder tut so, als würde sie ihn nicht kennen. Aber warum kennt er? Sieht ja nicht mehr... Das ist ein bisschen verwirrend. Aber werden wir bestimmt schon noch zukommen. ... 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 Alles nicht so easy, ne? ... .... ... ... ... ... ... ... Ich finde die Situation sehr gut. Da unten steht sie wieder. Wir müssen mit dir sprechen. Du meinst du und das Ghost von dir? Er ist nicht mein Ghost, aber ja. Remember was du uns auf der Bühne erzählst? Ich weiß, warum du immer in die Richtung gehen kannst. Du kannst jetzt sprechen, Josh. Josh? Your Ghost ist called Josh? Pixie. Oh mein Gott. Dad? Dad? Yes. It is me. I'm your dad. Was I nothing to you? You were everything. Then what did I do to make you leave? You didn't do anything, honey. I don't know what happened. All I know is.. I was standing outside, trying to look in and see you, wishing I could be there with you, Willing you to see me standing there. Why couldn't I see you? Not even after I lived. You could have come find me. Why did you give up? I'd lost my heart. And soon I started to lose my mind. Until there was nothing left. I've been looking for you. I know. I couldn't find you. You have. You have find me. I don't think I'm ready to say goodbye to you. Nothing ever really ends. We both know that. I'll see you soon, Dad. I'll see you soon, Dad. I'll see you soon. I don't understand. Why didn't you go with her? We were wrong. It's not about my daughter. Do you remember what she said back at Whitesand? That her father used to go up to Archie's to talk. You think that was me? That was you. Right. You want to go to Archie's attic? I disagree. We need to get to the Dark Rogue. Find Callum. We can go after. The tide is pulling back. We'll be stranded if we don't leave now. But the attic... I really feel we need to see it. We have to go now, or it'll be too late. Ne! Ne! Ihr lasst mich dann... Ich konnte nicht mal Escape drücken um Pause zu machen und zu überlegen, ihr wollt... Das ist das beschissenste Quicktime Event, das ich in meinem Leben gesehen hab! Ganz ehrlich, Entwickler... Also an der Stelle... An der Stelle könnt ihr mich mal? Ihr könnt mir doch das jetzt nicht vorstellen innerhalb von fünf Sekunden. Nicht innerhalb von fünf Sekunden. Ich brauche doch ein bisschen Bedenkzeit. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich es tun soll. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das eine echt beschissene Situation ist, in die man uns da eben reingeworfen hat. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Was ich sagen wollte ist, ich finde immer noch scheiße, dass wir diese Situation da so aufgetragen bekommen haben. Aber ich kann nicht eine Möglichkeit hier unversucht lassen, die man uns gegeben hat eigentlich. Das ist beschissen. Ich werde es machen. Ich hoffe einfach, wir werden es nicht zu sehr bereuen. Kann natürlich sein, dass es dumm war oder so. Ich hoffe einfach, wir bekommen noch die Chance, trotzdem den Rest zu sehen. Anrede, Name, Nachname, Wohnsitz. Kleiner Wohnraum, Little Road, zur Verfügung gestellt von Familie Crown. Hat er begangen, Strafzart. Okay, das kennen wir ja. Wohl, ne, hundertprozentig kennen wir es nicht. Hat er begangen, Strafzart, Verurteilung gegen Trunkenheit, unterregend öffentlichen Ärgernisses. Aus dem Establishment, äh, aus dem Etablissement, ähm, die schwarze Glocke verbannt. Wow. Aufgrund seines, äh, ungebührlichen Verhaltens gegenüber den Gästen des alten Pubs ist Archibald Archie O'Sullivan der Zutritt zu den Räumigkeiten nicht mehr gestattet. Sollte der Täter versuchen, auf dem Gelände des eingetragenen Gasthauses Alkohol oder andere alkoholische Substanzen zu erwerben, sind die Behörden zum Nachrichten, damit das Gesetz durchge... äh, damit das Gesetz durchgesetzt werden kann. Okay. Ist tatsächlich so komisch geschrieben. Okay, da haben wir Zeitschrift. Oh, ja. Rogue Gazette. Äh, Sonntag, 17. Dezember 1820. Der Untergang des wilden Compton. In der Nacht des 16. Novembers verschwand Josh Compton. Oh, wer ist denn seinen Nachnamen? Callum Compton, Josh Compton. Spurlos und Noah Crown wurde am Boden... und ließ Noah Crown am Boden zerstört zurück. Seeleute bestätigen, dass sie gesehen haben, wie Sirenen Compton in der Nähe von Willens Rock an die... äh, in die dunklen Wellen zogen. Doch die Constables Wilford und Sprouls vermuten, dass er von der Schmugglerbande von Dark Rogue ermordet wurde. Oder hat Compton, wie Mrs. Cordia Crown behauptet, seine Frau und sein ungeborenes Kind für eine Liebhaberin auf dem Festland verlassen? Nummer 1, ertränkt von verführerischen Sirenen. Nummer 2, ermordet von Schurken der Dark Rogues. Nummer 3, verheerende Trennung von Nora Crown. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das hier ist die Deckung, das hier ist der Grund und wer war es? Ich könnte mir vorstellen, dass Cordelia, die sowieso schon Scheiße am Laufen hatten mit den Schurken hier, die dazu engagiert hat, ihn um die Ecke zu bringen. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Also ich könnte es mir zumindest vorstellen, ob es jetzt natürlich wahr ist oder nicht. Werden wir vielleicht noch herausfinden. Also wir haben nicht nichts gefunden, aber jetzt war auch nicht sehr viel, leider. Archies Dachboden. Warum hat er das Geld nicht ausgegeben? Schnaps war nicht billig zu haben und ich weiß, dass er seinen Whisky mehr als alles andere wollte. Hat er das Leben eines Einsiedlers geführt? Und wenn ja, warum? Archie war nicht für ein Leben in der Einsamkeit bestimmt. Und was hat er gemacht? Archie. Du hättest das Richtige tun sollen, aber was hast du getan? Diese Flaschen liegen überall auf den Inseln verstreut herum. Was hat es damit auf sich? Wie wir alle, muss er auf der Suche nach Antworten gewesen sein. Hat er sie bei den Feen gefunden? Haben sie ihm gesagt, dass alles gut wird? Sie wussten von seinem Verschwinden. Jemand muss etwas gesehen haben. Irgendjemand muss doch etwas wissen. Vielleicht werden wir die Wahrheit nie erfahren, aber ich möchte zumindest eine halbwegs plausible Antwort finden. Na, das will ich auch hoffen, aber sicher bin ich mir da nicht, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, ich will mich nicht überdämen. Aber ich fühle mich ein bisschen verweissend. Ich dachte mir, mehr über dich. Ich denke, Beatrice war falsch. Es war mir nicht mehr. Es war nicht mich, Nein! Mein Fag! Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich hab dir zu dir. Aber du hast das auch tun. Ech... Oh ja! Dammit! Ich muss über den Weg gehen. Auf dem Fuß? Auf dem Fuß. Wie? Woher? Schau dich an. Geh zurück zur Beach. Find ein Lichthaus. Ich meine, wir haben es selbst ein bisschen zu verantworten. Ja. Bleib nahe. Also. Lass uns über was wir finden an Archie. Das Geld. Ja, ich weiß. Was wollte er für? Warum hat er es nie benutzt? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe hier nicht geredet. Es ist schön in seiner eigenen Weise. Es fühlt sich umgekehrt, wenn du mich fragst. Hast du diesen Ausweg oft benutzt? Jeder hat es. Warum? Die Go-Cellar Home-Nid-Whisky bei der Black Bell. Das klingt ominös. Warum ziehe ich auch hin? Ich weiß. Das hier ist der falsche Weg. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht. Das hier ist, glaube ich, der richtige Weg. Keine Ahnung, wohin dieser Weg hier führt. Obwohl, hier hinten ist auch irgendwas, oder? Ah ne, okay. Hier ist nichts. Trotzdem bin ich jetzt verwundert. Es geht hier drüben ja direkt am Leuchtturm lang, aber es geht hier auch nach hinten. Ne, wir sehen das ziemlich deutlich. Da geht es ein gutes Stück weiter, da aber auch. Und ich weiß nicht, welcher der richtige Weg ist. Okay, doch, wir wissen welches der richtige Weg ist, denn diesen hier können wir nicht nehmen. Da geht es anscheinend dann nur lang, wenn Julian flut. Kann ja eigentlich nicht sein. Und Ebbe haben wir ja eigentlich gerade. Hm. Dann weiß ich auch nicht so genau. Oh. Was passiert hier vor, wenn die Waffe wieder zurückkommen? Sie zurückkommen, was sie fühlen. Viele haben sterben? Wenn du raus rauskriegen und dich in den Duft entholtest. Es gibt keine Hoffnung. Und hier ist es. Der Scherzlöger. Und die Schreie. Schön, dass du das so früh sagst. Ich meine, klar, das ist dir wahrscheinlich jetzt auch erst eingefallen, aber danke, dass du es dann nie sofort, wie der Geistesblitz dir gekommen ist, erwähnst, sondern erst dann nebenbei. Aber okay, ist okay. Wir haben nicht auf dich gehört. Jetzt darfst du auch mal was auf deine Art und Weise machen. Archie, bitte, ich muss wissen. Du solltest nicht sein, Miss Nora. Bitte, ich kann nicht leben wie das. Du musst mir sagen, die Wahrheit. Nora, du machst eine Szene. Look at her. He wouldn't leave, not his daughter, not me. My mother, Constable Sprouse, they're wrong. He wouldn't. You know he wouldn't. Hush now. Josh left. He left for the mainland, and that's that. How could you say that? You're his brother. You know him better than anyone. He's gone, Nora. Josh is gone. Then bring me to him. Let him see her. At least, let him see his daughter. I'm sorry, Nora. He made his choice. He's gone. He's really gone. He's really gone. Your papa's gone, baby girl. Miss Nora, I'm so sorry. You did. You actually did leave them. No. Why? I didn't do anything. What do you want from me? I can't trust you, can I? You're going to have to. Because there's nobody else here. I can't trust you. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God.